Er ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jogel, Kretz und Borddorf. Das war ein Buffet! Der Angriff Steiner war ein Buffet! Verschickt sie! Das ist jetzt Mardin! Sie bleiben befehlst du in der Zeitung! Oh, meinst du das einfach gekommst! Der Minister hat mit der Jogel! Der Minister hat mit der Jogel sogar die Verscheißen! Die gesamte Generalität ist dem Zweiter als ein Haufen! Nie das verrestliche Treue der Zeitlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Zeuglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Schmeuch des deutschen Volkes! Sie sträule Ehre! Sie nennen sich Kamerale, weil Sie Jahre aus Militärkönemien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man das an Drabel hält! Jahrelang ist das Militärmalar-Aktionen nur behindert! Es hat mit denen nur ein Stück gegen Widerstand in die Welt geletzt! Es hat der Kult daran getan! Und dann haben alle ihre Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganz Europa erobert! Verraten! Von allem Anfang an bin ich doch verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verrinderin bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Schaub von ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beuei dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!